Der VfB M352, wobei ich erkläre es jetzt nicht nochmal, dass Wagnoman sich natürlich hinten zurückfallen lässt und man dann situativ mit einer Viererkette spielt, also das dürfte mittlerweile auch der Letzte verstanden haben. Von einem Doppelsturm die erste Überraschung, Sascha Kalajdzic war mit im Team, Thiago Thomas stand daneben, aber dass Sascha fit wurde, war auf jeden Fall durchaus aus zweierlei Gründen eine Überraschung. A, weil er ja erst im Laufe der Woche ins Training eingestiegen ist und B, weil er sich am Freitag genau beim Abschlusstraining erneut den Fuß vertreten hat und dann wirklich stark bandagiert werden musste, um überhaupt in dieses Spiel gehen zu können. Trotzdem sage ich dir so wie es ist, mit einem Kalajdzic fühle ich mich einfach vorne wohler. Er ist selbst nicht bei 100 Prozent für mich immer noch der stärkste Angreifer, den wir im Kader haben. Ja und auch ganz wichtig für die Mannschaft, ich finde man hat es dann auch nicht nur daran gemerkt, dass er das Tor vorbereitet hat, sondern auch, das fängt ja schon an bei den Abschlägen von Flo Müller, der dann teilweise kurz keine Anspielstation gefunden hatte. Er hat ganz oft zwei Leute irgendwie nach hinten geholt, das hat nicht funktioniert und dann ging der Ball immer auf Kalajdzic und es hat auch fast immer funktioniert, dass er das Kopfballduell gewinnt. Also du brauchst den da vorne einfach, gerade gegen Leipzig, den halt wirklich Druck machen, dass du halt da vorne jemanden hast, der Kopfballduelle gewinnt und Bälle auch mal festmachen kann. Er ist halt unfassbar wichtig und vielleicht kann Luca Pfeiffer sowas auch, weiß ich nicht, muss er noch zeigen, aber deswegen musste dann glaube ich auch der arme Sascha dann bandagiert spielen und hatte auch relativ früh dann Krämpfe, wie überraschend viele Spieler tatsächlich, aber ja, hat alles gegeben, was er hatte. Zu wenig getrunken, das war's wahrscheinlich. Ahamada und Führig spielten auf der Acht, was mir da aufgefallen ist, mal kippten sie auf die Flügel raus, das heißt mal ließ sich Ahamada etwas nach links fallen, mal Führig etwas nach rechts, haben wir zwar in den Testspielen so auch gesehen, hat mich aber deshalb überrascht, weil ich ja im Vorfeld besprochen habe mit dir jetzt am Donnerstag, dass die Halbräume so ein Thema sind, die gut besetzt sein müssen, können wir nachher noch drauf zu sprechen. Das ist mir aufgefallen, Ahamada hat sich natürlich auch immer mal wieder zurückfallen lassen in den Sechserraum, aber man merkt schon, er interpretiert die Sechs oder Sechsenhalbe, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, also er ist ja so ein Spieler, der zwischen Sechs und Acht pendelt, schon anders als Orel Mangala, irgendwie passt das auch ein Stück weit, als Orel Mangala, ist einfach offensiver ausgerichtet und es überrascht mich wirklich, weil ich nach den ersten Spielen, die ich von ihm gesehen habe, hier in Stuttgart, in der Saison 2020, 2021, eigentlich fest davon ausgegangen bin, dass es ein sehr defensiv orientierter Spieler ist und es ist überhaupt nicht der Fall, das siehst du jetzt immer wieder, er ist wirklich einer, der nach vorne geht, der Tiefe sucht und Räume erkennt. Das ist ja, also in die Tiefe gehen ist das eine, aber du musst ja dann auch die Räume erkennen und auch den richtigen Zeitpunkt und so, das macht das schon sehr, sehr gut. Also die beiden auf der Acht und du hast natürlich eine gewisse Variabilität vorne drin, das gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut, das sorgt halt immer wieder dafür, dass deine Gegenspieler wirklich sehr aufmerksam sein müssen, weil sie irgendwie nie so richtig wissen, wer sich auf welcher Position aktuell tummelt. Du kannst immer so ein Stück weit irgendwo verorten, aber dann taucht halt auch mal ein Führig plötzlich am linken Flügel auf. Genau, aber da muss ich sagen, das war mir dann tatsächlich noch zu wenig, weil du hast ja eigentlich mit Silas, Tomasch und Führig, drei Spieler, die können in der Mitte, links und rechts und da habe ich mir gedacht, die könnten doch eigentlich noch mehr roschieren. Ich vermute, also dadurch, dass ich keine Ahnung habe von dieser ganzen Thematik und ich einfach nur so ein Spiel angucke und hoffe, dass ich irgendwas verstehe, ich vermute, dass du, wenn du Silas von der linken Seite wegziehst, da einfach zu viele Räume preisgibst und ein Tomasch, die nicht so besetzen kann, also oder anders, die Gefahr zu groß ist, dass Tomasch und Silas, dass die sich nicht so gut abstimmen können, dass die Räume adäquat wieder besetzt sind. Also du kannst natürlich einen Ahamada rausschieben lassen, der dann mit Ito zusammen das verteidigt, geht theoretisch, aber ist jetzt meine Vermutung, dass das dann einfach, ich sag mal, von der Struktur, von der Statik dann nicht mehr so richtig passt. Das ist ja schon klar, dass es nicht einfach ist und dass es nicht nur die drei Spieler sind, sondern auch die Spieler, die dahinter stehen, die sich auch damit darauf einstellen müssen, wenn die drei irgendwie dann die Positionen tauschen, aber Silas hatte ja eine große Chance, da kam man gerade über rechts zum Beispiel, dann haben sie ja sowieso mal generell vor der Halbzeit getauscht, dass Silas in der Mitte stand und ich dachte, das könnte man vielleicht noch mehr forcieren, weil zum Beispiel Leipzig, da kam mir die Defensive jetzt auch nicht so super stabil vor, dass man die halt noch mehr in Verlegenheit bringt, aber klar, die VfB-Spieler dahinter müssen dann auch mitziehen und gerade am ersten Spieltag ist vielleicht sowas auch nicht ganz so einfach, da dann so super fluide zu spielen. Ich glaube, im Schulinov geht das noch eher als mit einem Tomasch, ist aber, wie gesagt, auch nur so ein Bauchgefühl, die können auch komplett daneben liegen. Wir werden es vielleicht im Laufe der Saison das eine oder andere mal sehen. Wataru Endo auf der Sechs, braucht man glaube ich nicht drüber sprechen, hat er wieder gut gemacht. Silas kam über links, Wagnumann über rechts und dadurch, dass Leipzig in der Anfangsphase unsere rechte Seite immer wieder beladen hat, das hat man ja gesehen, konnte Wagnumann zunächst erstmal in der Offensive nicht die Akzente setzen, die wir vielleicht aus den Testspielen von ihm gewohnt waren. Ist aber ganz normal, das ist halt dann auch seine Aufgabe, sich zurückfallen zu lassen und da abzusichern, das finde ich jetzt nicht großartig schlimm. Und was mir auch aufgefallen ist, dass Silas etwas tiefer stand, als ich das vorher gedacht hätte. Und ja, du hast halt gesehen, dass Leipzig ihn so besser verteidigen konnte. Also eigentlich hat man sich einer Stärke beraubt, nämlich dass Silas mit einem langen Ball geschickt werden kann. Der nimmt dann Tempo auf, ist mit wenigen Schritten mehr oder weniger dann schon in der Gefahrenzone. Wenn der aber natürlich deutlich tiefer aus der eigenen Hälfte starten muss, dann sind die Abstände oder dann ist der Weg zum Tor relativ lang und auf der anderen Seite kann dann natürlich ein Verteidiger ihn diagonal anlaufen und kommt dann noch rechtzeitig zum Gegenspieler, kann dann das 1 gegen 1 erzwingen. Also, jo, das, ich fand es ein bisschen unglücklich gelöst, muss ich sagen, weil du halt immer wieder dann so Situationen hattest, dass der VfB Schücker diese Bälle weit geschlagen hat auf Silas und die dann oft abgefangen wurden von irgendwelchen Leipzigern, zumindest in der ersten Phase des Spiels, muss man sagen. Später wurde das noch besser, weil man dann, glaube ich, so nach 17, 18 Minuten gemerkt hat, dass man was umstellen musste. Man hat Silas weiter nach vorne geschickt auf dem linken Flügel und so entstanden dann auch die ersten Entlastungsangriffe. Also, das war halt für mich wirklich eine wichtige Umstellung, dass Matarazzo gesagt hat, nee, Silas, lass dich nicht so tief fallen, geh ein Stück weiter hoch und dann hattest du immer die Möglichkeit, von rechts den Diagonalball auf Silas zu schlagen. Der Weg bis zum Tor war dann nicht mehr allzu weit. Also, das war eine wichtige Anpassung aus meiner Sicht, hat Matarazzo gut gemacht. In-Game-Coaching war ja auch mal so ein Thema. Redet heute keine Sau mehr drüber. Dreierkette, Hiro, Waldi, Dinos, auch da gab es keine Überraschungen. Eine Überraschung gab es aber trotzdem noch, denn wir müssen über einen Elefanten im Raum sprechen, Sebastian. Atakan Karazzo saß auf der Bank. Was ging dir denn durch den Kopf, als du ihn im Kader gesehen hast? Ja, ich fand es relativ überraschend, vor allen Dingen nach den Statements vom Trainer halt in der Pressekonferenz, dass man jetzt mal abwarten muss, so einen Trainingsrückstand und hast du einen O-Ton? Ich habe einen O-Ton. Okay. Sollen wir uns den erst anhören oder willst du ausführen? Nee, mach einen O-Ton, dann blende ich den Rino ein. Weil, nee, ich lasse dich erst ausführen, weil ich habe den O-Ton, den er auf der Post-Game-Price-Conference Und da hat er ja gesagt, dass das, was er vor dem Spiel gesagt hat, eigentlich gar nicht so gemeint hatte. Genau. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, er ist ja auch clever genug und hat ihn auf die Bank gesetzt, weil er dachte, hey, vielleicht kann ich ihn nochmal eine Minute bringen und so weiter. Vielleicht passt es halt einfach, um ihn auch zu reintegrieren. Wir hören uns jetzt mal Pellegrino Matarazzo an, wie er nach dem Spiel erklärt, warum Atakan Karasor plötzlich im Kader auftauchte, auch spielen durfte und warum er bei der Post-Game-Price-Conference mehr oder weniger davon gesprochen hat, dass er überhaupt noch kein Thema sei und noch an seiner Fitness arbeiten müsste. Kannst du drehen, wie du willst. Beides ist richtig. Habe ich im Duden gelesen. Okay. Natürlich, du hast recht. Ja, ich freue mich, dass er wieder dabei ist. Ich wusste schon vorher, dass er näher ist, dass jeder solch bewusst war und einfach mal ein bisschen ein Feuer rauszuhalten. Und er geht Tag für Tag immer mehr auf und seine Stimme in die Kabine ist wichtig. Er führt auf seine Art und deswegen war es mir wichtig, ihn heute auch im Kader zu haben und wohl wissen, dass er nur 10 bis 15 Minuten spielen könnte. Wir hatten auch keine andere Defensiv-Option auf der 6 und deshalb habe ich mich entschieden, ihm doch mitzunehmen, auch wenn meine Aussage vor zwei Tagen ein anderer war. Und er hat es gut gemacht. Geschwindelt hat er. Er hat die Wahrheit gebeugt, oder? Stimmt, beim VfB beugt man die Wahrheit. Das schwindelt man nicht. Ja gut, kann ich nachvollziehen. Er sagt ja, um es vorher rauszunehmen, weil wenn er gesagt hätte, ist ein Kaderkandidat, kann 15 Minuten spielen, dann wäre er das Thema gewesen. Das wäre dem Ganzen nicht zuträglich gewesen. Insofern ist es okay. Ich glaube, wenn er auf ihn nicht angesprochen worden wäre, auf der PK-Formspiele, hätte er das Thema ausgespart. So wurde er darauf angesprochen, konnte er dann vielleicht nicht ganz das sagen, was er eigentlich hätte sagen müssen, um die Wahrheit zu sagen. Ich finde es absolut richtig, weil du weißt halt, welche Medien sich darauf gestützt hätten. Und du sagst es absolut richtig. Es wäre halt dann vor allem die Berichterstattung über Atakan Karasors Comeback geworden und nicht mehr über dieses wichtige Spiel des VfB gegen Leipzig. Und damit tust du der eigenen Mannschaft keinen Gefallen, auch Atakan Karasor keinen Gefallen. Ich fand, das kann man so lösen. Ist vielleicht nicht ideal, aber kann man so lösen. In der 91. Minute wurde Atakan auch eingewechselt. Ich habe in dem einen oder anderen Spielbericht davon gelesen, dass es Pfiffe gegeben haben soll. Ich konnte nicht einhören. Also deswegen halte ich das für eine Legende. Es ist ja auch egal, was ein Spieler gemacht hat und was da irgendwie anhängig ist. Kein Spieler ist größer als der VfB. Und das gilt natürlich auch für einen Spieler wie Atakan Karasor. Und deswegen kann es nicht sein, dass sich die Vorspielberichterstattung um einen Spieler dreht, wenn der VfB ein wichtiges Spiel hat. Und wenn er in der 91. Minute kommt, es geht darum, einen Punkt erstmal zu verteidigen, dann geht es halt auch da nicht um den Spieler, sondern halt um den Punkt erstmal, den der VfB holt. Aber ich habe tatsächlich auch überhaupt gar keinen Pfiff gehört. Und aus meiner Sicht, so wie ich das um mich herum wahrgenommen habe, war in dem Moment auch komplett egal, welcher Spieler jetzt eingewechselt wird. Es ging darum, 1 zu 1 zu spielen. Ob es jetzt ein Karasor ist oder sonst wer, der von der Bank gekommen wäre, war in dem Moment komplett egal. Ja, was man natürlich schon mitbekommen hat, dass sich der andere Gedanken gemacht hat, ob man das jetzt so bringen kann. Dass der Karasor praktisch mit diesem Vorwurf, der im Raum steht, brauchen wir jetzt nicht nochmal alles ausführen, haben wir oft genug getan, ein Bundesligaspiel bestreiten darf. Deswegen können wir vielleicht auch mal ganz kurz darüber diskutieren, ob das jetzt richtig war, dass der VfB ihn hat spielen lassen. Wir haben ja neulich mal darüber philosophiert, dass das ja eigentlich okay wäre, dass er trainiert, weil er ist nicht angeklagt. Er ist aktuell, ist das alles ein schwebendes Verfahren, beziehungsweise es werden Beweise gesammelt. Und ich persönlich bin der Meinung, wenn ich damit fein bin, dass er mittrainieren kann, dann kann ich eigentlich auch nichts dagegen haben, wenn er spielt. Weil das wäre jetzt, ich habe ja damals auch gesagt, man muss das jetzt mal vergleichen, wenn das in der normalen Arbeitswelt passieren würde. Wie geht man dann mit diesen Menschen um? Und das wäre jetzt irgendwie so, wenn auf dem Bau oder so einer im Festsparwagen sitzen darf, aber er darf nicht raus, wenn der Badon kommt. Sag ich jetzt mal so. Also das macht für mich keinen Sinn, wenn ich ihn beschäftige. Ja, dann ist er ja nicht nur da, um hier mal ein bisschen mitzutrainieren, sondern dann soll er auch spielen. Und ja, es ist merkwürdig für mich, aber ich habe das schon mal erklärt, deshalb, weil ich die ganze Situation, ich möchte die einfach nicht wahrhaben. Am liebsten wäre es mir, das wäre alles nie passiert, aber es ist nun mal jetzt passiert. Und ich musste ganz oft an deine Worte denken, der VfB, gradlinig, kein Wischiwaschi-Kurs, sondern ganz klar eine Linie. Und zwar Missenthat, nicht nur er, sondern die ganzen Funktionäre, der Trainer, alle haben gesagt, ja, wir wollen mit diesem Spieler weiter arbeiten. Er darf ja trainieren, er darf ja auch spielen, wenn er fit ist. Und wenn der Verein klipp und klar das als Richtlinie rausgibt, kann ich damit leben, solange es keine gravierenden Veränderungen gibt im aktuellen Prozess praktisch auf Ibiza. Genau. Ich kann damit leben, es ist halt trotzdem irgendwie immer präsent im Kopf. Das macht es so schwierig, du denkst immer darüber nach, du findest es schade, dass es so ist. Aber ich sag mal so, das ist für mich trotzdem hinnehmbar. Ich akzeptiere aber auch jede andere Meinung. Genau. Also du hast ja gesagt, ob das richtig ist. Und ich glaube, ob das richtig ist, muss jeder für sich entscheiden. Ich finde aus Sicht des VfB ist die Entscheidung konsequent, weil wenn man sagt, wir setzen ihn nicht ein, dann muss man ja fragen, wie lange? Eine Woche? Vier Wochen? Und wenn man hört, dass das Verfahren in Spanien sich auch ewig hinziehen kann, willst du jetzt dann ein halbes Jahr warten? Also wann willst du ihn wieder bringen? Und der VfB sagt, nee, wir warten gar nicht. Der spielt halt wieder, sobald er fit ist. Und das, finde ich, ist eine konsequente Entscheidung. Die muss man nicht gut finden, aber es ist für mich ja wirklich konsequent und auch folgerichtig. Zumal, muss man ja auch sagen, du brauchst ihn halt sportlich halt einfach. Und insofern kann ich das nachvollziehen. Wobei das kein Argument sein darf eigentlich. Das darf eigentlich kein Argument sein. Aber ich kann das nachvollziehen, wie der VfB das macht. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, ich finde das nicht gut. Also ich glaube, ein Richtig oder Falsch gibt es in der Situation nicht. Man muss sich halt entscheiden, wie man damit verfährt. Der VfB hat das gemacht, relativ klar, sehr konsequent und vor allem mit einer Stimme. Nicht irgendwie die Hälfte so, die Hälfte so, sondern es ist klar, wie man mit Atakan Karosor weitermacht. Zbemisint hat ihn geholt, auch Materazzo kennt ihn lange. Sie werden mit ihm gesprochen haben und haben auf der Basis dann eine Entscheidung gefällt. Und die anderen Funktionäre gehen da mit. Und da muss ich sagen, ja, dann finde ich das auf jeden Fall erstmal gut, dass der VfB so konsequent damit umgeht. Und jeder sagt, ich finde das nicht gut, den kann ich auch verstehen. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist tatsächlich, dass es eben bislang noch kein Verfahren gibt. Also bislang laufen Ermittlungen, aber er ist weder angeklagt, noch gibt es ein Verfahren. Und in diesem Status, ja klar, da kann man sagen, man nimmt sich zurück. Aber ich glaube, dann muss das auch ein Stück weit vom Spieler kommen, dass er sagt, ich möchte praktisch jetzt öffentlich gerade nicht in Erscheinung treten. Trainieren ist für mich okay. Da bin ich ja ein Stück weit weg sozusagen von der Öffentlichkeit. Aber ich möchte nicht auf dem Platz stehen. Wenn der Spieler mit der Situation gut umgehen kann, kann man, glaube ich, damit leben. Und um das auch für mich nochmal hier zu protokollieren, ich finde es wirklich ganz, ganz schwer, hier den richtigen Weg zu wählen, weil es aus meiner Sicht nicht diesen einen richtigen Weg gibt, sondern es wird halt immer Argumente gegen und für den Umgang geben. Aber wie von dir perfekt beschrieben, es ist halt wirklich so, wenn du dich für einen Weg entscheidest, musst du den auch gehen. Klar ist, sollte Adekan Kara so angeklagt werden, wird sich die Situation hier auch beim VfB Schöckert nochmal verändern. Keine Frage. Und man muss ja sagen, er hat dem Spiel tatsächlich gut getan, weil er kommt halt aufs Feld, dirigiert gleich direkt, gibt Kommandos. Also das fand ich schon beachtenswert, weil natürlich habe ich mit Argus Augen auf ihn geachtet, als er dann drin war. Und du merkst halt, wenn er auf dem Platz ist, ist er in seinem Element. Also ich glaube, das tut ihm jetzt auch mal ganz gut. Ich möchte damit jetzt auch nicht, weil es wird bestimmt wieder irgendjemanden geben und sagen, ja jetzt, wie, jetzt soll der sich doch gut fühlen nach der ganzen Geschichte und so. Das meine ich damit nicht. Aber ich glaube, für ihn ist das eine gute Möglichkeit, um einen klaren Kopf zu kriegen vielleicht auch und sich auf das vorzubereiten, was möglicherweise noch vor ihm steht. Schwierig alles. Über Leipzig noch ganz kurz drei, vier Sachen. Zum einen, Conny Leimer war nicht mit dabei, alle dachten sofort, oh, der Wechsel zu dem Bayern steht an. Auch er war angeschlagen, konnte nicht spielen. Überraschend war, dass Hugo Nouveau, zumindest für mich war das überraschend, zu seinem zweiten Bundesliga-Einsatz von Anfang an kam. Hat es auch ganz ordentlich gemacht. Nicht besonders gut, nicht besonders schlecht. David Raum spielte in der ersten Halbzeit eher linker Verteidiger und in der zweiten Halbzeit wurde er dann wirklich zu diesem linken Ringback, den ich eigentlich von der ersten Minute an erwartet habe. Das ist mir noch aufgefallen. Und ja, in Kunku und Olmo, die kamen über die Halbräume. Manchmal hat sich Henrichs dann noch mit eingeschalten. In der zweiten Halbzeit war er eigentlich dann wirklich ein absoluter Achter. Da gab es auch keinen Sechser mehr. Da wurde nur noch nach vorne geschoben von allen Mittelfeldspielern und allen Zentrumspielern bei Leipzig. Und das war halt schon, sag ich mal, alles sehr facettenreich, was Leipzig da gespielt hat. Also gerade, wenn Henrichs dann mit nach vorne gegangen ist, auch noch in der ersten Halbzeit und in Kunku oder Olmo dann sich etwas haben auf die Flügel rauskippen lassen. Das machen sie schon sehr, sehr gut. Da ist echt schon eine Menge Dynamik, eine Menge Bewegung vorne drin und es ist auch sehr, sehr schwer, die Präzision, die Leipzig in den ersten Minuten hatte, zu verteidigen. Also das war schon eine Aufgabe für den VfB. Und ich würde sagen, dann können wir auch mal in die erste Halbzeit reingehen, so ein paar Dinge besprechen. Und was natürlich jedem aufgefallen ist, war, dass Leipzig wirklich ab der ersten Minute an das Spielgeschehen bestimmte. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Tedesco die Mannschaft richtig heiß gemacht hat. Ja, also du hast ja dieses Bayern-Spiel noch im Hinterkopf. Da hat Leipzig die komplette erste Halbzeit verpennt, muss man sagen, wie es ist. Und diese Trägheit, möchte ich mal so sagen, die unpräzise Spielweise, die fehlende Intensität, die wollte die Mannschaft, glaube ich, von der ersten Minute an komplett vergessen machen. Also diesmal hast du halt gesehen, wie Leipzig eigentlich auch in der Rückrunde gespielt hat. Das heißt, konsequentes Pressing, Tedesco-Ballbesitz-Fußball. Und das alles hat dem VfB große Probleme bereitet. Man hatte Probleme mit dem Tempo. Du hattest manche Situationen, da konnten unsere Spieler, also die Spieler des VfB Stuttgart, den Leipzigern überhaupt nicht mehr folgen. Und das war jetzt weniger ein Problem der Sprintstärke, sondern eher kognitiv. Also es ging alles viel zu schnell. Darauf waren die irgendwie gar nicht vorbereitet, dass Leipzig mit so einer Vehemenz sozusagen startet. Weil ich glaube tatsächlich, dass Pellegrino Matarazzo und sein Trainerteam Leipzig ähnlich erwartet hat wie wir, nämlich kontrollierter. Stattdessen erlebst du in Leipzig, das ab der ersten Minute Vollpower drauf geht, jeden Raum, den es irgendwie gibt, versucht zu überladen. Und der VfB war ganz, ganz lang erstmal überfordert und mit sich selbst beschäftigt. Sebastian, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie du Leipzig und auch den VfB Stuttgart in den ersten, ich sag mal, fünf Minuten erlebt hast. Weil dann fiel ja schon das Tor und da wollen wir natürlich ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Ja, wir hatten uns vor dem Anpfiff auch nochmal unterhalten, hatten überlegt, ob nicht Leipzig vielleicht auch sagt, hey VfB, ihr habt ein Heimspiel, ihr kommt aus so einer Euphorie raus, macht doch erstmal, wir gucken mal, was ihr so drauf habt. Und dass Leipzig dann wirklich von Anpfiff weg das Kommando übernimmt und wirklich den VfB einschnürt und wirklich unfassbar viel Ballbesitz hat, das hatte ich auch nicht erwartet. Und das war ja, wie du sagst, jetzt nicht so zurückhaltend kontrolliert, sondern wirklich Vollgas halt einfach. Und das hat den VfB überrascht. Und auch als der VfB sich dann so ein bisschen berappelt hatte, konnte es halt trotzdem nicht wirklich verteidigen, weil Leipzig ja auch einfach die Qualität hat, den Ball dann laufen zu lassen. Und das war dann ja wirklich so um den VfB-Strafraum rum, ja, fast wie Handball halt, wie der Ball dann halt lief. Und der VfB kam halt zu dem Zeitpunkt einfach nicht in die Zweikämpfe. Das war, ja, eine Überforderung einfach. Überforderung, absolut das richtige Wort dafür. Was auch auffällig war, war halt, wie Leipzig versucht, das Spiel immer breit zu machen. Also sie zogen wirklich die Stücke der Viererkette, die ja dann gegen den Ball aufgeboten wurde, auseinander. Dann entstanden dadurch wiederum Räume für die Mittelfeldspieler in Kunku, Olmo und Hinrichs. Und da stimmte meiner Meinung nach die Abstimmung zwischen Naui und Wataru nicht so richtig. Also das kannst du ein bisschen besser spielen. Ich glaube, mit einem Atakan Karasor wäre das nicht so einfach gewesen, diese Räume zu reißen. Sind wir wieder bei dem Thema, wenn er dem Verein was geben kann, warum sollst du das nicht nutzen, wenn er spielfähig ist? Also der hätte uns, glaube ich, ganz gut getan. Auch ein Orel Mangala hätte das wahrscheinlich noch besser gemacht als Naui Ahamada. Da komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen. Du hast immer so leichte Verschiebungen zwischen Naui und Wataru, also auch gegen den Ball. Die müssten meiner Meinung nach ein bisschen schmaler stehen, praktisch die Mitte eher schließen. Klar, dann kannst du sagen, dann hast du wieder Räume praktisch zwischen Zentrum, also nicht direkt die Halbräume, sondern noch ein bisschen versetzt und Flügel. Aber da muss er halt dann vielleicht auch darauf hoffen, dass dann die Außenverteidiger ein Stück weit einrücken. In dem Fall zähle ich da an Silas mit dazu. Theoretisch könnte dann auch ein Chris Führig noch hinten den Raum mit auffüllen, was er auch gemacht hat. Der ist oft bis nach hinten gegangen. Also der ist inzwischen wirklich ein Box-to-Box-Spieler. Er kam ja eigentlich mal als Flügelspieler her. Aber inzwischen ist es wirklich ein Box-to-Box-Player. Aber ich finde, was aufgefallen ist, dass teilweise wirklich im Zentrum beim VfB, sowohl bei Leipziger Ballbesitz als auch beim VfB-Ballbesitz, da war die Mitte wirklich sehr dünn. Da war halt nur Leipzig und Rasen. Und ein Endo, der irgendwie super viel Platz abdecken musste. Aber ein Ahamada war doch sehr linkslastig. Ein Führig war sehr rechtslastig. Und die Mitte war wirklich frei. Da war halt wenig. Und das haben wir mit Orel Mangala und auch mit Adekan Karo so anders gesehen. Da hast du halt mehr Anspielstationen in der Mitte gehabt. Und ich glaube, den Raum in der Mitte hat Leipzig dann auch am Anfang ganz gerne genutzt, weil da nicht viel los war. Über den Raum konnten sie immer super schnell verlagern. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Haben genau das genutzt, was du gerade beschrieben hast. Außerdem natürlich Tempo, Raumbesetzung an und für sich, Präzision, Pressing. Das waren für mich die Hauptfaktoren für die starke Leipziger Anfangsphase, die ja dann auch zur Führung führte. In der siebten Minute durch in Kunku. Und was auch an den ersten Minuten schon zu beobachten war, Stuttgart ließ Leipzig halt in Ruhe aufbauen. Also das hat man immer wieder gesehen. Der Zugriff erfolgte praktisch ab der Mittellinie. Und so war es dann auch beim 0 zu 1. Du siehst halt hinten, Leipzig spielt sich den Ball hin und her. Also Heizenberg, Klostermann und Orban. Und irgendwann schlug Orban dann den Diagonalball auf Raum. Mafropanus klärt zunächst. Aber der zweite Ball landet dann bei in Kunku. Und auf die Szene, also das ist alles sehr weit vor dem eigentlichen Tor. Aber es zählt für mich zur Entstehung dazu. Und auf die Szene, die ich gerade beschrieben habe, da will ich nochmal genauer drauf eingehen. Denn meiner Meinung nach stimmt hier einfach die Kommunikation zwischen Wagnermann und Mafropanus nicht wirklich. Also beide steigen hoch zum Kopfball, führen also den Luftzweikampf gegen David Raum, der jetzt nicht dafür bekannt ist, der mega Luftzweikämpfer zu sein. Also ich glaube, wenn du dich hier besser abstimmst, da reicht ja nur ein Kommando. Dann kann der eine sozusagen auf den Ball gehen, auf den Luftzweikampf. Und der andere hat zumindest mal ein Auge auf den Kunku. Aber der lauert halt nur auf diese Situation. Positioniert sich schon so, dass er auch den zweiten Ball bekommen kann, bekommt den dann auch. Und ich glaube, die Situation hättest du schon besser klären können. Dann wäre es wahrscheinlich gar nicht zum Äußersten gekommen. Leipzig dann, wie gesagt, wieder ein Ball besetzt, baut neu auf. Gut war in dem Moment, dass der VfB sich halt nicht locken lassen, weil eigentlich war das so eine Situation, da kannst du auch mal ins Pressing gehen dann, in Kunku anlaufen, aber das wollen sie. Also sie wollen dich dann locken. Der VfB lässt sich nicht locken, war aber dann trotzdem aus meiner Sicht zu passiv. Also es entstand dann kein, nicht der nötige Druck, gerade wieder aufs Mittelfeld. Klostermann spielt dann Novoa auf dem rechten Flügel an. Hier kann Silas etwas entschlossener Novoa anlaufen. Das ist auch so ein Thema, was wir schon ein paar Mal jetzt besprochen haben, auch in den Testspielen immer wieder gesehen haben, dass Silas einfach in der Rückwärtsbewegung nicht so entschlossen zu Werk geht, wie er das auf der rechten Seite früher getan hat. Da braucht er vielleicht auch irgendwie noch so ein bisschen Zeit, um sich mit Ito besser abzustimmen. Ich weiß es noch nicht so genau, ich kann es noch nicht so richtig greifen. Manchmal hat er gute Aktionen nach hinten, manchmal eher weniger gute. Hier war das jetzt der Fall, dass es nicht besonders gut war. Novoa flankt dann auf den zweiten Pfosten. Die Flanke klärt dann erstmal Wagnoman, wieder vor Raum, muss man sagen. Allerdings ist erneut der zweite Ball bei den Leipzigern. Und dann geht es natürlich echt mit viel Tempo zur Sache, denn dann hat Kampel den Ball, kommt in eine Situation gegen Tomasch. Für mich lässt sich Tomasch da zu leicht ausspielen von Kampel, weil der dreht sich nur einmal und passt dann praktisch ins Zentrum auf Henrichs. Also ich glaube, dass Tomasch das besser verteidigen kann, aber er in dem Moment, ich weiß nicht, nicht das Bewusstsein für die Gefahr hatte, die aus dieser Situation entstanden ist. Ich meine, Tjako Tomasch ist auch jetzt nicht so defensiv denkend. Also insofern steht er halt quasi in Stürmer am eigenen 16, noch muss einen Zweikampf führen und den verliert er halt, weil er halt nicht so das Endoradar hat vielleicht. Er deckt halt den direkten Weg zum Tor ab, das macht er gut. Aber er lässt sich halt in dem Moment zu leicht aus der Situation rausnehmen oder aus der Aktion rausnehmen von Kampel, der das auch okay macht, muss man sagen. Enge Ballführung dreht sich da rum, das ist jetzt auch alles nicht irgendwie scheiße gespielt. Das sind ja auch keine schlechten, leider. Leider keine schlechten, ja. Und was dann halt kam, das ist schwer zu verteidigen, man kann es verteidigen. Henrichs spielt direkt scharf an den 16er Rand auf Olmo. Das war ein klasse Pass. Trotzdem bin ich der Meinung, muss Henrichs schneller unter Druck gesetzt werden. Also Endo muss, oder muss ist zu viel gesagt, er kann draufschieben. Also das ist auf jeden Fall eine Option von Endo, dann auf Henrichs draufzuschieben. Aber das ist natürlich alles auch ein hohes Tempo. Henrichs nimmt den Ball nicht an. Der spielt ihn direkt. Also wenn er den einmal mit einem Kontakt nur nochmal annimmt, um besser nachgreifen zu können oder so, ist Endo da. Es ist schwer, aber das wäre für mich jetzt praktisch ein Punkt, wo ich ansetzen würde, dass Endo hier versucht, früher rauszuschieben. Muss er natürlich ein Stück weit spekulieren. Ich vermute, dass Endo eher defensiv gedacht hat und sich überlegt hat, ich decke lieber jetzt hier diesen Rückraum, sagen wir jetzt mal, ab. Weil vielleicht spielt der Kampel irgendwie einen Chip-Ball oder irgendwas und dann stehe ich sozusagen schon in der Nähe oder in der Gefahrenzone. Und er hat vielleicht auch damit gerechnet, dass Chris Führig das Passfenster schließen kann. Schwer zu sagen, aber das war für mich noch so eine Option, wo man hätte eingreifen können. Aber dann hast du die Situation, Olme bekommt den Ball, lässt direkt abtropfen auf Nkunku. Vielleicht versprang ihm der Ball da auch nur ein Stück weit. Das konnte ich nicht so ganz auflösen, ob das Absicht war, das Zuspiel oder eher Zufall. Genau, ich habe auch überlegt, ob man sich vielleicht selber vorlegen möchte, weil er startet ja auch dann gleich weiter. Also er würde vielleicht auch an den Ball kommen, aber ein Nkunku steht da halt einfach schon und lauert halt nur. Das war halt dann stark und ein Nkukus Abschluss ist dann auch klasse, muss man sagen, mit links. Das ist ein starker Abschluss gewesen. Da gibt es dann nicht viel zu machen und man muss halt hier wieder was anmerken, was wir schon mal im Valencia-Spiel thematisiert haben. Und zwar war es einfach diese Passivität, wenn der Gegner im Ballbesitz war. Also zwischen, oder anders, das Tor fällt in Minute, genau in Minute sieben, fällt das Tor. Und von 5,48 an hat der VfB keinen kontrollierten Ballbesitz mehr. Und für mich ist es wirklich diese Passivität zwischen 5,48 und 6,48, die zum Tor dann am Ende führen oder führt. Denn die letzten zehn Sekunden, die sind aus meiner Sicht wirklich schwer zu verteidigen. Aber alles, was davor war, zu passiv, Abstimmung passt nicht und dann bringst du dich halt in so eine Situation, dass du halt einfach wirklich nur schwer noch verteidigen kannst. Also das, was vor der Krampelszene passiert, ist für mich das Problem. Und werden ja gesagt, der VfB muss eins machen, nämlich Leipzig irgendwie stressen. Und das haben sie da über eine Minute nicht geschafft. Die konnten halt sich die Bälle halt relativ easy hin und her spielen, immer den nächsten Mann suchen. Und nur die letzten fünf bis zehn Sekunden, nämlich Henrichs, Olmo und Kunku, die waren dann halt unter Stress. Aber das kann Leipzig halt auszocken, weil sie halt so gut sind. Und du kannst halt vorher Leipzig halt dann wirklich schon mehr Druck machen. Das hat man dann nach der 20. Minute ungefähr gesehen und dann klappt bei denen auch nicht mehr alles. Und das war in dem Fall halt wirklich das Problem. Nur viereinhalb Minuten nach dem 0-1 hatte Leipzig wieder zu viel Platz und auch zu viel Zeit im Mittelfeld, muss man sagen. Auch wieder fast ohne Gegnerdruck konnten sie die Seite verlagern. Ito sah dann aus meiner Sicht gegen Henrichs nicht gut aus. Man muss sagen, Henrichs macht da auch eine gute Körpertäuschung. Das ist dann, Ito müsst ihr jetzt kurz euch umorientieren. Der spielt in dem Moment auf der rechten Seite. Das ist noch ein Eckball. Also da ist er anders positioniert. Vielleicht hat das auch damit was zu tun, dass er dann, weiß ich nicht, dass es wie es ist, wenn ich praktisch in England plötzlich Auto fahren muss oder so. Dass er sich umorientieren muss. Wobei man dazu sagen muss, Leipzig hatte ein paar gute Bewegungen. Also gerade, wenn die dann in den Angriff gehen, also die Körpertäuschungen, die sind schon herausragend. Das gefällt mir schon richtig gut, was die da so machen. Auch Olmo immer mal wieder mit starken Bewegungen. Also ist mir auch aufgefallen, dass der zu Beginn auf den falschen Fuß zugestellt wurde. Konnte da dann immer wieder aufdrehen. Später wurde das dann besser. Aber zurück zu der Szene an sich. Also Henrichs kommt an Ito vorbei. Dann gibt es die Hereingabe auf Klostermann. Und der setzt einen gefährlichen Kopfball auf Stuttgart der Tor. Auch hier kann man sagen, Sascha muss da zumindest den Körperkontakt suchen. Das ist mir ein bisschen zu passiv von Sascha in dem Moment. Also da gab es ja auch mal in der Hinrunde der vergangenen Saison diese Thematik bei Eckbällen. Ist der VfB einfach nicht mit der letzten Entschlossenheit die Dinger verteidigt. Also du musst schon verteidigen wollen. Du kannst nicht nur einfach im Raum stehen und darauf hoffen, dass der Ball dir auf den Kopf fällt. Und das war so eine Szene, das habe ich da nicht gesehen. Später gab es nochmal eine andere. Ja, und dann ist Müller, unser Retter, ist schnell unten, lenkt den Ball ins Aus. Das war die erste Glanzparade von Flo Müller, muss man sagen. Und grundsätzlich kann man wirklich zur kompletten Anfangsviertelstunde sagen, dass Leipzig viel zu leicht zu Torabschlüssen gekommen ist. Also das ist am Ende, ja macht man es dem Gegner damit zu leicht. Jetzt muss ich, Sebastian, dich ganz kurz einmal unterbrechen. Denn dein Telefon sorgt dafür, dass wir hier auf unserem schönen Aufnahmegerät immer diese Vibrationen mit drauf haben. Ich weiß nicht, ob das nur mein Kopfhörer auffängt. Ich höre es nicht, aber ich lege es weg. Aber zumindest vibriert dann praktisch über den Tisch das Mikrofon mit und ich höre das bei mir im Kopfhörer. Wenn du kurz weiter, dann geht es nicht mehr. Sag mal, Sebastian, geht einfach aufs Klo. Wenn ich noch stehe, dann geht es gut. Das ist ja unfassbar. Jetzt muss ich ja einfach weiter monologisieren. Aber das ist monologisieren. Also das ist ja wirklich Wahnsinn. Ich muss mich ein bisschen mehr zusammenreißen. Also kaum Entlastung für den VfB. Leipzig macht es dann wirklich auch unserer Mannschaft wirklich schwer. Grundsätzlich hat der VfB Probleme gehabt, irgendwie mein Spiel aufzubauen. Ich habe mir dann überlegt, wie kannst du das in den Griff bekommen? Du hast natürlich dann auf lange Bälle gesetzt, um die letzte Kette so ein bisschen unter Druck zu setzen. Aber das funktioniert da auch nicht so richtig. Sebastian hat es vorhin schon mal angemerkt. Der Ball kommt dann zu Sascha. Der kann den aber nicht so richtig festmachen, sondern im besten Fall kann er den Ball verlängern oder tropfen lassen. Aber meistens sind dann die Leipziger schnell wieder am Ball und leiten dann auf der anderen Seite ein Konter ein. Also ich hatte das Gefühl, dass die Mannschaft sich von dieser Spielweise und von den Problemen, die man selber hatte, am Anfang schon verunsichern ließ und immer zurückhaltender wurde. Also ja, man war wirklich zu passiv. Das war so mein Eindruck. Und man muss der Mannschaft dann trotzdem aber einen Lob aussprechen, weil man der Mannschaft auch jederzeit angemerkt hat, sie möchten sich zurückverhalten. Sie waren bemüht, wieder ins Spiel zu kommen. Und man hat sich praktisch nicht einfach seinem Schicksal ergeben, sondern man hat gekämpft, man hat gearbeitet. Und das ist ja das, was wir ja auch von der Mannschaft sehen möchten. Und wenn dann am Ende einfach die Erkenntnis reift und auch steht, dass der Gegner viel zu gut war, dann kann man vielleicht unter Umständen dann auch mal damit leben. Aber das, wie gesagt, habe ich der Mannschaft dann schon auch angerechnet, dass man sich zurückkämpfen wollte und auch zurückgekämpft hat, muss man ja sagen. Und Sebastian, ich wollte gerade den VfB loben für den Einsatz, den man eigentlich über 90 Minuten gezeigt hat. Ja, oder über 75 zumindest. Fandst du, dass sie mal nachgelassen haben? Am Anfang mussten sie sich einrufen. Vom Spirit nicht, aber ich finde, die letzten 75 Minuten waren vom Einsatz her besser als die ersten 15 Minuten. Da sind sie halt irgendwie nicht in die Zweikämpfe gekommen. Ja, aber der Wille, darum ging es mir. Der Wille war da. Ja, darum ging es mir. Das ist ja schon was, was man als Unterschied zur letzten Saison bei dem einen oder anderen Spiel jetzt herausarbeiten kann. Ja, da gehe ich mit. Also man war bemüht, es irgendwie hinzubekommen. Und so hat man sich dann, glaube ich, auch schon ein Stück weit freigeschaufelt, muss man so zu sagen. Was man vielleicht noch zu Leipzig sagen kann, die haben jetzt nicht unbedingt einen Gang runtergeschaltet nach der Führung, aber ich hatte schon das Gefühl, dass sie doch ein bisschen locker ließen. Ja, also das Pressing war nicht mehr so gut. Die Intensität nahm ab. Das hat man deutlich gemerkt. Und es gab eine Umstellung von Matarazzo. Er ließ Silas deutlich weiter vorrücken. Das haben wir ja vorhin schon mal angesprochen, um halt eine Anspielstation für Diagonalbälle zu haben. Und das veränderte aus meiner Sicht das Spiel zugunsten des VfB Stuttgart. Mir gefiel dann auch Wagnermann besser, der sich grundsätzlich immer mal wieder für Tiefenläufe angeboten hat. Aber das Timing passte noch nicht so richtig. Also da ist immer noch Entwicklungspotenzial da, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber grundsätzlich hat mir Josch ganz gut gefallen. War auch oft anspielbar. Also das war ganz gut. Und in der 18. Minute, darüber muss man ganz kurz sprechen, hat man dann auch zum ersten Mal gesehen, wie man Leipzig knacken kann. Führig spielt einen langen Ball aus der eigenen Hälfte in die Spitze. Davor muss man sagen, macht es Anton schon sehr gut. Der erobert nämlich den Ball und dribbelt dann an, nimmt Tempo auf. Und damit zieht er erstmal die Aufmerksamkeit auf sich. Das sorgt dafür, dass dann Führig ein bisschen mehr Zeit hat, diesen langen Ball zu spielen. Also das war gut gemacht von Anton und auch von Führig, muss man sagen. Silas nimmt dann den perfekten Laufweg und zeigt aus meiner Sicht einen guten Zweikampf gegen Orban. Der Abschluss verfehlt dann wirklich knapp das Tor, um ein paar Zentimeter. Und jetzt sind wir uns, glaube ich, immer noch nicht ganz sicher, wie die Situation von Stieler bewertet wurde. Weil es sieht so aus, weil in diversen Zusammenfassungen davon gesprochen wurde, dass Stieler dieses Tor sowieso nicht gegeben hätte, weil er auf Foul entschieden hat, dass er eben einen Foul erkannt hat von Silas an Orban. Ich bin mir aber nicht sicher, denn nach der Situation gab es so einen Konflikt zwischen Stieler und Tedesco an der Seitenlinie. Und die beiden lagen sich lange in den Haaren. Das führte auch dazu, dass Tedesco eine gelbe Karte bekommen hat. Deswegen glaube ich, dass eben Stieler das Foul nicht gepfiffen hat. Genau, weil da ist ja die Frage, warum sollte sich Tedesco bei einer 1-0-Führung so aufregen, dass er eine gelbe Karte sieht, wenn der Schiedsrichter sowieso Stürmerfoul gepfiffen hat. Und vermutlich hat er keinen Stürmerfoul gepfiffen, was natürlich dann umso ärgerlicher ist, dass Silas den Ball dann nicht ins Tor gelegt hat. Was übrigens viele im Stadion, inklusive mir, auch so gesehen hatten, dass der Ball im Tor war. Weil er ging ja wirklich rechts ans Außennetz noch dran. Und ich habe ihn auch dringend gesehen. Nee, ich habe es leider Gottes erkannt, dass der Ball nicht drin war. Hat mich aber wahrscheinlich genauso geärgert, weil das Ergebnis war ja für beide das Gleiche. Also du hattest vielleicht eine Sekunde kurz den Jubel auf den Lippen. Kurz danach war es dann auch vorbei. Ja, also am Ende ist es auch wurscht, ob das jetzt ein Foul war oder nicht. Ich glaube, jeder, der die Situation gesehen hat, war sich darüber klar, dass es eigentlich kein Foul war. Punkt. Wenn Stieler das gepfiffen hat, dann ist es halt so. Kann ich auch mitleben, aber ist halt Quatsch. Ist halt Bullshit. War kein Foul. Punkt. Es gab auch wieder auf Social Media Unmutsbekundungen in Richtung Stieler. Was sagen wir zum Schiedsrichter? Schlecht. Was war dein Problem mit dem Schiedsrichter? Ja, ich fand schon, dass seine Auslegung bei Zweikämpfen, die war nicht 50-50, sondern es war schon sehr Leipzig-lastig. Also das sieht man immer so im Stadion, dass der Schiedsrichter für den Gegner pfeift. Aber ich fand jetzt auch nochmal bei der Zusammenfassung, er hat schon viele Sachen dem VfB weggepfiffen, die er bei Leipzig hat laufen lassen. Also fand ich jetzt nicht so ganz neutral. Ja, also... Jetzt auch nicht krass, aber auch nicht gut. Also die Neutralität würde ich ihm nicht absprechen. Ich hatte eher das Gefühl, dass er in solchen 50-50-Zweikämpfen dem VfB dann diese Zweikämpfe als Fall ausgelegt hat und den Leipzigern eher nicht. Das war mein Problem. Aber ich weiß nicht, was das ist. Also vielleicht hat es auch damit was zu tun, dass Leipzig irgendwie eine höhere Dynamik hat oder Tempo hat und dann das irgendwie immer krasser aussieht, wenn die dann fallen, als wenn jetzt, weiß ich nicht, von uns einer gefault wird. Genau, als will auch keinem Schiedsrichter jemals Neutralität absprechen. Die sind alle neutral, aber manche sind halt einfach nicht gut. Ja, klar. Und das gilt für mich bei Stiele halt auch. Also ich hatte jetzt... Es war jetzt nicht krass, finde ich. Also es war ja aus meiner Sicht jetzt keine klare Fehlentscheidung, die irgendwie spielbestimmend war. Aber es war auch nicht alles okay, was er gepfiffen hat. Es gab zwei mögliche Elfmeter für den VfB, schon gerade über die wir vielleicht noch an der Stelle ganz kurz sprechen können. Einmal gab es ein Handspiel von Raum im Strafraum. Da muss man aber, glaube ich, sagen, ist kein Elfmeter, weil der Ball sprang von Raumsfuß an seinen angelegten Arm. Genau, da kann man die Regel halt blöd finden, aber die Regel ist die Regel und deswegen war es kein Elfmeter. Also wenn sich ein Spieler selbst an die Hand schießt, ist es halt kein Elfmeter. Ich weiß nicht, ich glaube, ich finde das jetzt nicht so cool, aber es war laut Regel kein Elfmeter. Insofern hat er richtig gepfiffen. Hättest du den gepfiffen? Wenn ich die Regel kenne... Nee, ich meine jetzt einfach, hättest du es für richtig erachtet, hier auf Elfmeter zu entscheiden. Weil für mich nicht. Ja, eigentlich nicht. Für den VfB sagt man natürlich, ist es klar ein Elfmeter, aber er schießt sich in Beinheit selbst an die Hand, sieht halt ein bisschen dämlich aus. Ja, aber wo soll er hin mit der Hand? Also selbst wenn er sich nicht selbst den Ball an die Hand schießt, sondern irgendwie den Ball da hinbekommt. Ich meine, mehr anlegen kannst du den Arm nicht. Nein, ich denke, es war schon okay, jetzt im Regel hin oder her da keinen Elfmeter zu pfeifen. Ja, ist für mich kein Elfmeter. Also kann man als richtig gewertet stehen lassen. Dann gab es noch die Situation in der 60. Minute zwischen Orban und Tomas. Vielleicht kotz war es so Entstehung. Führig erobert den Ball auf dem rechten Flügel und geht da mit hohem Tempo die Linie entlang. Zieht dann Richtung Strafraum. Der Pass auf Tomas, der ist wirklich sehr gut. Es gab noch eine anspruchsvollere Option. Das wäre gewesen, Silas auf den zweiten Pfosten anzuspielen. Hat sich dagegen entschieden. Und Tomas geht dann in den Zweikampf mit Orban und Klostermann. Geht dabei zu Boden. In der Zeitgruppe sah es für mich so aus, dass Orban wirklich leicht schiebt. Meiner Meinung nach nicht wie ein Elfer wurde vom VAR gecheckt. Die haben sich auch dagegen entschieden. War niemals den Elfmeter. Ja, also ich glaube, die krasseste Fehlentscheidung war, ich weiß gar nicht wann das war, nach 10 Minuten, nach 12 Minuten, wo ein VfB-Spieler den Ball Richtung Leipzig-Tor schießt, der wird einfach so glasklar von einem Leipziger berührt und 46.000 Leute im Stadion sehen, das ist eine Ecke. Und es gibt keine Ecke. Das kann doch einfach nicht sein. Ganz früh, die erste Viertelstunde. Also wirklich jeder im Stadion, von jedem Platz sieht, der Ball wird klar von einem Leipziger abgefälscht um ein, zwei Meter und geht zur Ecke. Und die sehen das nicht. Also da frage ich mich, haben die alle drei woanders hingeguckt? Unfassbar. Das Gute ist, dass in der 31 Minute dann endlich ein Tor fällt für den VfB Stuttgart. Nicht ganz aus dem Nichts. Wir haben ja so ein paar Umstellungen angesprochen. Es gab auch noch die Änderung, dass Endo sich hat etwas tiefer fallen lassen, um mehr Ballaktionen zu bekommen. Hat am Ende dann auch 49 gehabt, damit auf Platz drei bei den VfB-Spielern. Das ist ganz in Ordnung gewesen. Es gab auch noch mal ein so ein riskantes Dribbling, das er sich genommen hat. Und ich meine, du siehst ja immer aus taktischer Sicht, nicht ja so mehr aus emotionaler Sicht. Und ich fand, nach der gelben Karte gegen Tedesco, war das Stadion auch da. Ich glaube, Leipzig hat danach gleich irgendwie einen Fehlpass gespielt, von links nach rechts in Seiten aus und so weiter. Und da hat man zum ersten Mal gemerkt, hey, also die spielen auch nicht so super souverän. Das Stadion wurde laut und dann kam der VfB. Nach der Umstellung von Silas und nach der gelben Karte von Tedesco wurde es lauter. Leipzig wurde ein bisschen nervös. Und ab da, finde ich, hat so auch so ein bisschen seinen Lauf genommen, der dann halt das furiose Finale in der 31. Minute dann fand. Ja, also du hast halt gemerkt, dass Leipzig enorm an Präzision einbüßt. Genau. Und da muss man sich natürlich, wir uns jetzt nicht, aber als Trainer der Leipziger fragen, wie das passieren konnte. Aus so einer sicheren Position heraus dann einfach nachzulassen. Gut, lass uns über das 1-1 sprechen von Ahamada. Das war ja auch die Phase, wo der VfB eigentlich deutlich mehr Zugriff hatte und dann auch wirklich die Räume hatte, um endlich mal das eigene Passspiel etwas besser aufzuziehen. Hier bei diesem Tor war es dann so, dass Naui eigentlich sein eigenes Tor mit einleitete. Dreht gut auf, öffnet somit erstmal das Spiel nach vorne. Hat er wirklich richtig stark gemacht. Wir würden es euch jetzt gerne einblenden, haben es aber heute technisch nicht hinbekommen. Deswegen sehe jetzt nur ich dieses Aufdrehen von Ahamada und finde es genauso geil wie im Spiel. Überführig und Kalajcic und Silas, dann hat der Ball dann wieder bei Ahamada. Alles wirklich mit hohem Tempo, alles sehr zielstrebig gespielt, wirklich gut gemacht. Und Ahamada und Sascha spielen dann einen starken Doppelpass. Das Timing ist halt richtig gut von Naui, der genau wartet, bis Henrichs eben diesen Schritt macht, um ihn dann den Ball durch die Beine durchzuspielen. Das ist gut, sieht man aber oft in der Bundesliga, muss man sagen. Also das ist auch so der Moment, den du mitbekommst, vor dem Strafraum von deinem Trainer, warte, bis er den Step macht. Deswegen sagt man ja auch immer, warte, was der ballführende Spieler macht und mach nicht du den ersten Schritt. War einfach stark gemacht, muss man sagen. Und dann auch der Abschluss von Ahamada ist herausragend. Von meinem Platz aus konnte ich das richtig gut sehen, wie der Ball praktisch genau, also das Schussfenster war halt genial, es passt genau dem Ball durch. Du siehst noch Golashis Hand, aber ich habe schon gesehen, das passt ganz genau. Und Naui hat ja auch schon relativ früh gejubelt. Einfach ein geiles Tor. Der Abschluss war perfekt. Und ja, wenn Ahamada seine Schwächen, die er noch hat, abstellt und weiterhin so im Abschluss glänzen kann, ich glaube, dann werden wir Orel Mangala nicht so lange vermissen, weil Orel Mangala hätte den nicht gemacht. Und auch Chris Führig hätte den nicht gemacht. Glaube ich. Also das war schon herausragend. Ich habe mich gefragt, ob das eventuell sogar einstudiert war. Also dass man sagt, wenn du den Ball bekommst, 18 Meter vorm Tor, such dich einen Abschluss, und dann spiel Kalajcic an und der legt ihn ab. Also das war sehr, sehr eintrainiert aus, was die zwei da gemacht haben. Also das ist sowieso so ein Thema. Man hört das immer, Kalajcic ist ein Wandspieler, siehst du auch, nur halt immer in Räumen, wo das dem VfB jetzt nicht direkt zu einem Abschluss verhilft. Genau, meistens 30 Meter vorm gegnerischen Tor und mit dem Kopf und nicht irgendwie mit dem Fuß 11 Meter vorm Tor. Das war perfekt. Und er sagt ja auch nach dem Spiel, ich warte immer darauf, dass mich jemand als Wandspieler verwendet, so hat er es gesagt. Ich glaube, dass ich ein gutes Timing habe, wie ich die Bälle klatschen lassen soll. Und das hast du da gesehen, das hat er halt auch die Technik, ihm verspringt er die Kugel nicht, sondern das war alles präzise und das war ja Tempo, mit Tempo gespielt. Also das war schon stark gemacht, muss man sagen. Aha, Marder, du hast ihn gerade schon angesprochen. Grundsätzlich, wie hat er dir gefallen im Spiel? Schon gut. Ich meine, klar, er hat das Tor gemacht, du hast den Punkt gebracht. Du hast gesagt, er ist dann offensiver als erwartet. Er wurde ja dann nach dem Spiel von Zermisland hat gelobt, aber auch ein bisschen gerügt, weil er teilweise noch einfach ein bisschen zu riskant spielt, zu viel in Situationen zockt, wo er nicht zocken sollte. Also da muss er, glaube ich, noch die Balance finden aus Risiko und Solidität irgendwie. Aber grundsätzlich hat mir das echt sehr gefallen. Grundsätzlich, das letzte Spiel über Leipzig, da war er nach 15 Minuten draußen mit einer roten Karte. Jetzt schießt er das entscheidende Tor zum Punktgewinn. Also klar, hat er mir gut gefallen. Also da geht noch mehr. Ich glaube, er hat doch Potenzial und er kann noch mehr daraus machen. Aber das war schon ganz ordentlich. Also wenn du ein Tor schießt als Achter, dann hast du schon mal viel richtig gemacht. in der vergangenen Saison nicht allzu oft beim VfB Stuttgart. Grundsätzlich sage ich trotzdem, er hatte schon Schwierigkeiten, in die Partie zu kommen. Führte für mich zu wenig Zweikämpfe. Insgesamt nur 18. Also da gab es nur noch Führig, der weniger Zweikämpfe führte. Also zumindest von den Startelf-Spielern. Er gewann auch nur sieben Zweikämpfe. Also Zweikampfquote 39 Prozent. Ist jetzt nicht dramatisch schlecht, aber bestimmt auch nicht gut. Er wurde gerade zu Beginn zu selten in die Angriffsbemühungen mit einbezogen, ist mir aufgefallen. Er war auch nicht so als Scharnierspieler wirklich gefragt. Wenn er überhaupt eine Aufgabe so richtig wahrnehmen konnte, dann war das halt einfach erstmal für Überzahl irgendwie zu sorgen. Aber er konnte nicht so am Spiel teilhaben, wie ich mir das für ihn wünschen würde. Er hat auch insgesamt nur 39 Ballaktionen gehabt. Ist jetzt nicht so viel für einen Zentrumspieler, aber das war sowieso jetzt ein Spiel, wo auch ein Endo nur auf 49 Ballaktionen kam. da hat man schon ganz andere Werte hier beim VfB. Pascal Stenzel hatte glaube ich mal eine Drehale in einem Spiel. Aber ich meine bei 28 Prozent Ballbesitz in der zweiten Halbzeit. Was mir auch noch aufgefallen ist, er spekuliert halt relativ früh. Genau. Und auch manchmal zu viel, würde ich sagen. Also er beläuft dann zwar freie Räume, fehlt dann aber wieder einen defensiven Halbräumen. Das muss er irgendwie besser, wie sagt man dazu dann, das muss er abstimmen, dosieren. Also das fehlt mir dann auch so ein bisschen, dass er sich in manchen Situationen vielleicht eher auf die defensiven Aufgaben erstmal besinnt und dann diesen Step nach vorne macht. Aber vielleicht ist es auch eine Vorgabe. Also wir diskutieren natürlich über Dinge, wo uns komplett die Einblicke fehlen, was der Trainer dem Spieler mitgibt. Also es kann gut sein, dass er genau das, was wir jetzt bemängeln von ihm fordert und sehen möchte. Und vielleicht hat er auch gesagt, du halte dich erstmal aus Zweikämpfen raus, nicht, dass du gleich wieder eine rote Karte bekommst. Weiß man ja nicht. Das kann schon sein, ja. Ich fand auch das Passspiel, ich bin ein bisschen gemein, habe mir hier notiert, Ahamada kann zwei Arten von Pässe spielen, Weltklasse und Kreisklasse. Aber immerhin kann er Weltklasse. Also das ist ja schon mal gut. Also es werden auch schon genug Spieler, die konnten nur Kreisklasse. Ich konnte auch nur eine Art von Pässe spielen. Ihr könnt raten, welche. Nee, also das ist vielleicht auch ein bisschen überzogen, meine Kritik. Aber er hat manchmal Pässe dabei, die sind genial und manchmal, dann raufe ich mir wieder die Haare. Genau, aber er streut noch ziemlich, aber ich glaube, das ist halt einfach eine Sache von Spielpraxis und Bundesliga-Erfahrung und man sieht deutlich, er kann es, er kann es halt nur nicht jederzeit abrufen und ich glaube, das kommt halt einfach, ja, je mehr Spielzeit er bekommt. Ich drücke jetzt ein bisschen aufs Tempo, weil wir wirklich sonst jetzt schon fast anderthalb Stunden über dieses Spiel sprechen. Ich habe mir noch so viele Dinge notiert, aber vermutlich werden wir so ein paar, ja, Aktionen, die mir aufgefallen sind, jetzt auch in den kommenden Spielen sehen, dann nehme ich das einfach da mit rein. Dinos, müssen wir natürlich noch ansprechen, der in den letzten Sekunden beziehungsweise Minuten des Spiels zwei gute Möglichkeiten hatte. Einmal 45 plus 2, da geht zum ersten Mal die Naturgewalt, Mafropanus, auf Touren, möchte ich mal sagen, und spaltet das Schwäbische Meer. Leider Gottes kommt es dann nicht zum ersehnten Abschluss. Also Silas hatte dann auch nochmal eine Möglichkeit, den Ball irgendwie aufs Tor zu bringen, funktionierte nicht. Wichtig aber in der Aktion, das muss ich ja unbedingt ansprechen, war, dass der Ball halt nicht gleich wieder weg war. Also du hast oft auch in der vergangenen Saison so Szenen gehabt, der Ball kommt nicht aufs Tor, beziehungsweise es kommt nicht zum Abschluss und plötzlich rennt der VfB der Musik hinterher. Hier in der Situation hat man sich dann darauf besonnen, erstmal wieder über den Achterraum aufzubauen. Das finde ich echt wichtig, dass man da auf jeden Fall gelernt hat aus der vergangenen Saison. und der Hammer folgt dann in der 48. Minute, also 45 plus 3, erstmal wieder starkes Mittelfeldpressing vom VfB. Endo und Dinos eroberten den Ball von Henrichs und dann geht der griechische Expresszug wirklich wieder auf den Weg in Richtung Leipziger Tor und dann gibt es den Abschluss aus 18 Metern an den Pfosten, eigentlich eine Position, aus der du nicht schießen darfst. Also ist meine Meinung. Ja, seitdem du heißt halt Dinos Mavopanus, da kannst du es machen. Er hat ja eine erste Minute vorher versucht, hat er abgespielt zu Silas, der hat es dann nicht geschafft abzuschließen so richtig und er hat sich gedacht, komm, dann mach ich selber. In dem Fall hätte er vielleicht auch noch rechts rauslegen können auf Wagnermann, die Option hätte es gegeben. Trotzdem, wenn das Ding an den Pfosten geht, dann hätte es auch reingehen können. Es war ein guter Abschluss. Und es war Dinos, mach ruhig, mach ruhig. Genau, und es war die 48. Minute, also ich fand das echt gut und ich fand auch den Ballgewinn geil. Also dass halt Endo und Mavopanus hingehen, das haben wir in der zweiten Halbzeit auch nochmal gesehen, dass die in der ganz entscheidenden Szene auch mal beide parallel irgendwie eine Situation klären wollen und das hat mich beim VfB dann echt überrascht. Dieser Einsatzwillen, das füreinander da sein, keinen im Stich lassen. Es gab in der Offensive auch manchmal noch Situationen, wo man gesagt hat, hey, helft euch doch. Also wo da manchmal Leute allein auf weiterer Flur waren, aber wir haben das letztens auch so häufig gesehen und am Sonntag ganz, ganz selten. Also man hat sich gegenseitig geholfen, man war aufmerksam, man hat sich reingeworfen, auch in der Situation hat er noch Ballgewinne dadurch generiert, fand ich gut und das war eine starke Phase vom VfB Ende der ersten Halbzeit. Also was ich gut fand, den Beginn der zweiten Halbzeit und die tolle Zaunfahne, ein Block voller traditionsloser Bastarde. Ja, aber es war nett gemeint. Nee, es war genauso gemeint, wie es auf diesem Plakat, auf dieser Zaunfahne zu lesen war und Chapeau, sage ich da, für alle Beteiligten, da ist euch wieder was Großes gelungen und am besten fand ich tatsächlich den Leipziger Block, mit welcher Empörung man nach oben geschaut hat und sich wahrscheinlich dachten, was soll denn das hier? Was soll denn das hier? Ihr Wichser! So saßen sie da unten und konnten nichts machen und ich fand es so schön. Am liebsten hätte ich noch von oben ein bisschen Brause nach unten gekippt. Macht man natürlich nicht. Aber es war wirklich mir ein großer Spaß, das beobachten zu können, wie der Leipziger Block, wenn man das so sagen kann, empört darüber war, dass sie hier verhonepiepelt wurden. Genau, und das Schöne in Zeiten von sozialen Medien ist ja, spielt gar keine Rolle, ob diese Zaunfahne jetzt fünf Sekunden oder fünf Minuten hängt, weil sobald ein Bild davon gemacht ist, ist es in der Welt halt. Und die hängt nicht lange, aber das hat gereicht. Jetzt hängt sie für immer. Ja. In unseren Köpfen und auf unseren Handys. Gut, zu Beginn der zweiten Halbzeit ähnliches Bild wie eigentlich in den letzten Minuten der ersten Halbzeit. Der VfB am Drücker. Leipzig, ja, die schaffen es irgendwie nicht mehr, diesen Druck aus der Anfangsphase zu erzeugen. Für uns natürlich ganz gut. Der VfB immer hellwach, immer mit hoher Intensität im Spiel. Das war wirklich richtig gut. Man hatte längere Kontrollphasen. Damit habe ich jetzt auch nicht unbedingt gerechnet gegen Leipzig. Hat man wirklich gut gemacht. Und man stellte Leipzig immer wieder vor Problemen. 49. Minute gab es eine gute Möglichkeit. Nicht aus dem Spiel heraus, aber ein Freistoß aus der Stuttgarter Hälfte, den Ito wirklich mit einem genialen Diagonalpass auf den rechten Ball, nicht Pass, auf den rechten Flügel schlägt. Also ich glaube, Hiroki Ito trifft aus 50 Metern einen Papierkorb mit dem Ball, oder? Also das war ja ein Wahnsinnsfreistoß. Das war klasse. Also erst mal den Mut zu haben, sich das Ding so zu nehmen. Ja. Dann die Ausführung herausragend, muss man sagen. Ich bin dann unschlüssig, ob Wagnermann, oder was er falsch gemacht hat. Also ich finde die Annahme... Aber ich kann es dir sagen, er hat das Tor nicht getroffen. Das ist richtig. Ich finde die Annahme, finde ich noch okay. Ich finde, der Ball springt einen Tick zu weit weg vom Fuß, ein bisschen zu weit, aber es ist noch okay. Und dann ist halt die Frage, ob er lupfen muss oder ob er einfach abziehen kann. Also er will halt lupfen. Die Idee, ich finde es ja gar nicht so schlecht, aber funktioniert in dem Moment nicht. Wir haben das glaube ich hier schon mal besprochen, dass es manchmal vielleicht dann eher oder in solchen Situationen, wo das Spiel spitz auf Knopf steht, dass es dann vielleicht eher immer heißen muss, hau das Ding einfach nur drauf und mach keinen Scheiß. Aber Mamouche war so ein Typ, der da auch geluft. Ich fand schon, wie sagt man immer, überhastet. Also er war einfach ein bisschen überhastet. Er denkt halt, hey, jetzt gegen Leipzig, das ist mein erstes Heimspiel in der Bundesliga für einen neuen Klub und jetzt kann ich das Tor schießen. Und dann drückt er irgendwie alle Knöpfe gleichzeitig. So kam es mir vor und sucht halt nicht den konzentrierten Abschluss. Das war eine Riesenchance. Und ja, wir reden ja darüber, dass der VfB in der zweiten Halbzeit keinen einzigen Schuss aufs Tor hatte. Das stimmt, aber die Chance von Joachim Schwaknumann war eine riesengroße, aber da er das Tor nicht trifft, war es halt kein Schuss aufs Tor. Das war ein Abschluss, ja. Das war ein Abschluss, aber kein Schuss aufs Tor. Aber da war mehr drin. Also das wäre es gewesen. Also wirklich. Und so einfach, ne? Also ein Ball von links hinten nach rechts vorne und er ist durch. Man hat einen guten Laufweg und dann verdattet er es halt leider. So war es. Was auch auffällig war zu Beginn der zweiten Halbzeit, dass Kalajdzic sich nochmal steigern konnte. Hat er zum Beispiel zwei gute Balleroberungen, weiß ich noch, das war direkt vor mir. Das sah richtig gut aus. Wie hat er dir gefallen? Wie hast du ihn gesehen? Also nicht so gut, wie wir ihn schon mal gesehen hatten, weil er hatte ja offensiv, abgesehen von der Vorlage zum 1 zu 1, eigentlich gar keine Aktionen, aber ich glaube, er hat sich auch, wie sagt man da so schön, in den Dienst der Mannschaft gestellt und er war wirklich für Flo Müller Gold wert, weil er, glaube ich, fast jeden Abschlag von ihm irgendwie auf den Kopf bekommen hat. Ja, so viele waren es leider nicht. Also er hatte, also was die Werte angeht, schon Probleme, auch in den Luftzweikämpfen. Also da sind wir von Sascha Kalajdzic ein besseres gewonnen. Also und es war dann auch bezeichnend, dass er, glaube ich, der erste Spieler auf VfB-Seite weiterhin irgendwie Krämpfe hatte und so weiter. Also du hast ihm schon angemerkt, der ist nicht komplett fit. Er hat sich dann auch so, ja, ein bisschen rumgeschleppt und so weiter. Also er war wichtig, aber die Physis ist, glaube ich, aktuell nicht bei 100 Prozent. Jetzt komme ich gerade ins Grübeln, weil ist das normal, dass wenn du eine Woche raus bist, dass du dann gleich solche Defizite aufweist? Also mich hat es bei dem Spiel generell gewundert, also viele Sachen. Zum Beispiel haben mich die Trinkpausen gewundert, weil es waren am Sonntag keine 32 Grad. Es waren halt, weiß ich nicht, 25, 26 Grad. Die Sonne brutzelte runter, aber die Spieler waren auch zur Hälfte im Schatten. Also das hat mich gewundert, das ist ein Leistungssport. Also ich gönne denen die Trinkpause, keine Frage. Und mich hat auch gewundert, dass dann wirklich am Ende des Spiels auf beiden Seiten jeweils drei, vier Spieler Krämpfe hatten, wo ich auch dachte, ist das noch irgendwie die schwere Saisonvorbereitung? Also woran liegt das halt? Aber das fand ich schon komisch irgendwie. Aber ich gebe dir recht, also eigentlich sollte doch eigentlich jeder Spieler am ersten Spieltag in der Lage sein, 90 Minuten zu gehen, auch wenn er verletzt war. Und bei ihm, ja, war das schon relativ früh der Fall. Er wurde nach 64 Minuten ausgewechselt, nach einer Stunde hatte er die ersten Krämpfe gehabt. Ja, hat mich gewundert. Also kurz zu den Trinkpausen finde ich grundsätzlich deswegen ganz wichtig, selbst wenn es nur 20 Grad hat, weil du damit auch das Gehirn schützt. Das weiß ich noch aus dem Kampfsport. Also das Gehirn ist immer das, was am ersten Wasser verliert. und am längsten braucht, um wieder den Wasserhaushalt sozusagen aufzustocken, zu rehydrieren, wenn man das so sagen möchte. Und ein dehydriertes Gehirn ist halt anfälliger für Kopfverletzungen oder für Hirnverletzungen. Weil dann halt weniger da oben rumschwimmt. Und deswegen finde ich es mal grundsätzlich gut. Bei den Krämpfen bin ich jetzt leider, euch wird es überraschen, kein medizinischer Fachmann. Echt jetzt? Ja, und ich weiß halt nicht, hat das was mit Fitness zu tun? Oder ist das dann vielleicht auch so ein Wasserhaushalt, Mineralstoffe-Thema, was ich jetzt vermuten würde? Also ich würde jetzt Krämpfe nicht zwangsläufig auf mangelnde Fitness zurückführen, sondern eher auf, ja, also man sagt ja dann immer, man soll Magnesium und so ein Zeug in sich reinschütten, damit man keine Krämpfe bekommt und sowas. Weiß ich nicht, ob das dann die Lösung wäre. Nein, es muss kein Fitnessproblem sein, aber mich hat nur die die hohe Zahl der Fälle quasi beeindruckt, dass es halt wirklich fünf, sechs Spieler gab, die Krämpfe hatten. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe nur Wagnermann, Endo und Sascha wahrgenommen. Ja, und bei Leipzig waren es auch nochmal drei. Aber bei uns waren es, Leipzig ist ja mir scheißegal. Ja, das hat mich gewundert, weil es war jetzt ja kein Pokalspiel, irgendwie 120 Minuten oder so unter der Woche, sondern halt auch der erste Spieltag und das hat mich gewundert und die Profis nehmen dann kein Magnesium, sondern die trinken Wurstwasser. Ah, ja, mache ich auch. Hilft aber nicht. Da ist alles drin, Elektrolyte, Salz, alles was du brauchst. Und Wurst. Und Wurst. Die Wurst kannst du voll rausmachen, wenn du Vegetarier bist. Ja, also ich finde, er wirkte, Sascha jetzt nochmal auf den zurückzukommen, wirklich nicht hundertprozentig fit. Nee, abgekämpft halt irgendwie. Also so, als ob es das Ende der irgendwie Saisonendphase wäre und nicht der erste Spieltag. Ja, vielleicht hat er einfach noch nicht das Vertrauen in seinem Körper gehabt, was er braucht, um sein Spiel komplett durchzuziehen. Für mich fehlte auch noch so ein bisschen die Bindung zum Spiel. Er hatte nur 25 Ballaktionen, das waren nicht besonders viele, die zweitwenigsten. Nur Tomasch hatte weniger, der war auch nicht gut im Spiel. Aber vielleicht weiß der Körper von Sascha Kaleitsch auch noch nicht, ob er in Stuttgart bleiben möchte oder nicht. Ja, das kann natürlich auch sein, dass er sich praktisch schwer hat gegen den VfB. Das wäre natürlich eine Erklärung für die Krämpfe, dass er einfach wirklich verkrampft dann in dem Moment, wo ihm klar wird, dass er hier gegen den Abstieg spielen muss und nicht mit Bayern um die Champions League. Tja, so kann es vielleicht mal kommen in dem Leben. Tomasch, vielleicht noch ganz kurz zu ihm zwei Sätze. Fand ich, ja, kein so glückliches Spiel von ihm. Ich fand, die zweite Halbzeit hat er ein bisschen giftiger angefangen, konnte da auch dann zweimal gut aufdrehen, hatte wieder das Tempo, was wir von ihm gewohnt waren, aber im Großen und Ganzen kein Abschluss, die wenigsten Beikontakte aller Startelfspieler, nur drei angekommene Pässe. Ja, ich möchte es nicht zu hoch hängen, aber das war jetzt wahrscheinlich nicht sein bestes Spiel für den VfB. Nee, garantiert nicht und also jetzt meine populistische These ist, die ganze VfB-Offensive hatte nicht ihren besten Tag und dann nehme ich den Silas auch mit rein, den fand ich jetzt auch nicht so überragend. Mich hat es auch ganz in der Anfangsphase gestört, wo er sich dann gleich auch nach ein paar Minuten im Strafraum fallen lässt. Also hier sieht es, das ist eine Schwalbe, kann er sich glaube ich auch schenken, ist nicht gut. Wir hatten dann zum Beispiel auch einen Chris Führig, der, das war in der zweiten Halbzeit, nee, auch in der ersten Halbzeit, wo der einen Schuss hat aus 20 Metern, alle Zeit der Welt, er bringt ihn nicht aufs Tor, sage ich, der muss zumindest aufs Tor kommen, also er hat so viel Zeit und ich fand, das war kein Spiel für die VfB-Offensive. Kalajdzic mit der Vorbereitung fürs Tor, super, aber grundsätzlich war es eher ein Spiel, wo die Defensive glänzen konnte und das defensive Mittelfeld und nicht unbedingt die Offensive. Den Assist hat er natürlich, den haben wir vorhin verschwiegen, als wir Sascha so ein bisschen bewertet haben. Natürlich, den hat er auch super gemacht und er hat sich auch mit reingeworfen, keine Frage, aber die Offensive konnte in dem Spiel nicht glänzen. 58. Minute, da passierte was, das sollte das Spiel nochmal verändern, denn Domenico Tedesco brachte Schoboschlei für Kampel und dadurch schaffte man wieder Überzahlsituationen, also die Leipziger. Außerdem profitierte Leipzig von Schoboschleis guten Standards, dazu hat er halt ein sehr, sehr gutes Passspiel, hat auch immer wieder gute Pässe gespielt und für mich machte Schoboschlei wirklich den Unterschied. Er gewann dann die Bälle, eroberte sie im Mittelfeld, spielte kluge Pässe, habe ich gerade eben schon gesagt und das war für mich wirklich dann nochmal ja einfach der entscheidende Faktor, warum Leipzig dann drückend überlegen war, so ab der 62. Minute ging das ja los, hat der VfB die Halbräume einfach nicht mehr gut besetzt beziehungsweise nicht mehr richtig zubekommen und dann komme ich auf das zu sprechen, was ich vor einer Stunde mal gesagt habe, da siehst du halt, wie Endo und Ahamada nicht schmal genug stehen. Verstehst du, wie ich das meine? Also die Abstände zwischen den beiden waren sowohl vertikal wie auch horizontal zu groß und da waren dann zu viele Lücken da für die Leipziger und das nutzten die ja dann auch gleich in der 62. Minute, das war unmittelbar nach diesem VRR-Check zu der Situation, über die wir vorhin gesprochen haben mit Tomasch und Orban. Siehst du Schobuschlei, Olmo und Kunku, die sich in die gefährliche Zone vorspielen, dann gute Passschärfe, alles sehr präzise gespielt, Novoa ist auf rechts viel zu frei, bekommt am 16er den Ball, geht aufs Tor, Müller bleibt auf der Linie, macht er gut, spekuliert nicht, sondern entscheidet sich, ich bleibe jetzt hier stehen und man muss dann wirklich sagen, er blockt dann diesen Schuss von Novoa herausragend, einfach einen Monsterblock gestellt, macht er richtig gut in dem Moment. Was man vielleicht noch hier ganz kurz erwähnen sollte, zum einen finde ich, dass Ahamada gegen Olmo entschlossener verteidigen sollte, ich finde, er begleitet in dem Fall Olmo nur, also da muss ein bisschen mehr Druck erzeugt werden, ist meine Meinung und Silas hätte ich auch gut gefunden, wenn er diese Gefahr früher erkennt, sich ein bisschen fallen lässt, er kann sich auch ins Mittelfeld fallen lassen, dann hat Ito zumindestens die Möglichkeit, etwas mehr links rauszurücken, auf Novoa, aber Silas trabt da in aller Seelenruhe zurück, ja, nicht so clever, muss man sagen. 66. Minute, wieder Leipzig, diesmal läuft Wagnum an auf dem linken Flügel, also auf dem Leipziger linken Flügel, nicht konsequent an, ja, da habe ich mich, das muss ich jetzt ganz kurz sagen, da habe ich mich halt auch gefragt, ob er dann vielleicht auch mal so eine kleine Auszeit brauchte, also Raum, der war jetzt nicht so auffällig, hatte auch nur neun Flankenversuche, keine Flanke kam an, das ist ja auch mal ein Wert, den man hier mit reinholen kann, gegen den Flankengott der Liga, nach Bonasosa, nicht so viel, nee, vor Bonasosa leider, nach Bonasosa, ja, bei uns natürlich, aber rein statistisch, leider Gottes nicht, gut, aber diesmal hat er, ja, genauso viele Flanken an den Mann gebracht, wie Bonasosa in diesem Spiel, nämlich null, also von daher haben sie sich nichts genommen, aber zurück zu der Aktion, also ich habe mir überlegt, und Wagnumann da echt so ein bisschen mal überfordert war, und auch so eine geistige Pause brauchte, weil, dass er wusste, was zu tun, das hat man ja gesehen in dem Moment, wo er sich auf Raum zubewegt, aber er geht dann nicht konsequent drauf, Raum spielt den Ball dann Longline auf Schoboschlei, und Schoboschlei kann dann ohne ausreichenden Gegnerdruck den Ball auf Olmo in den Halbraum legen, Silva löst sich gut von Ito und legt den Ball von Olmo auf einen Kunku ab, und der kommt dann aus dem Rückraum, sprintet an der Hamada vorbei, sieht der Hamada wieder nicht so gut aus, hat irgendwie das Memo nicht bekommen, dass da aus dem Rückraum jemand noch kommen könnte, also das sieht echt in Echtzeit total absurd aus, wie ein Kunku einfach an ihm vorbei rennt, und der Hamada steht da und denkt so, was ist denn hier los? Wo kommt denn der her? Ach, der schießt, okay, scheiße. Und dann kommt halt ein Kunku auch aus Elfmetern frei zum Schuss. Genau, und der Abschluss ist zum Glück richtig schlecht. Ja, er ist zu zentral in dem Moment, aber Müller hat trotzdem auch ein bisschen Glück, dass er den Ball praktisch gegen das Knie bekommt. In der letzten Saison wäre er so wahrscheinlich fünf Zentimeter übers Knie geflogen und wäre dringelesen. Aber trotzdem, der Angriff war klasse, aber Müller macht es halt auch wieder stark. Er ist da, er hielt das Tor. Genau, er steht da, wo er stehen muss. Klar ist natürlich auch, wenn ein Kunku einen Abschluss so wählt wie in der ersten Halbzeit, dann ist er halt drin, aber der ist halt nicht wirklich gut, der Abschluss. Müller steht gut und hat dann auch das Glück und pariert erneut. Die größte Chance für die Leipziger in der zweiten Halbzeit war mit Sicherheit die Situation da in der 72. Minute. Da gab es eine Ecke gedrehten von Schoboschlei und wie gesagt, ich würde das Ganze noch detaillierter jetzt auseinandernehmen wollen, aber es ist jetzt wirklich dann auch schon viel Zeit vergangen für dieses Segment gegen Leipzig. Aber trotzdem, also es gibt die Ecke von Schoboschlei, Dinos klärt, der zweite Ball ist bei Leipzig. Novoa versucht dann so ein Chip, warum auch immer, er versucht Zeit, Ito klärt das dann. Ja, auch nicht so gut. Ja, macht das aus meiner Sicht nicht so gut, hat eigentlich deutlich mehr Zeit, kann eigentlich diesen Kopfball kontrollierter setzen. Ja, und ich glaube, er klärt ihn ja nicht mehr aus dem Sechzehner raus. Also der fällt dem Leipziger im VfB, Sechzehner wieder vor die Füße und dann geht es auch gleich wieder weiter. Ja, Ito steht halt nicht perfekt zum Ball, also das Timing stimmt nicht so richtig und ja, er sieht da aus wie ein Verteidiger aus der zweiten japanischen Liga, muss man sagen, ist aber mit dem Augenzinkern gemerkt. Grundsätzlich gutes Spiel auch von ihm. Ja, es gab schon bessere, aber auch schon schwächer. Ich kann mit dem Spiel gut leben, also Kämpfe habe ich mir nicht zurückgewünscht, nach diesem Spieltag schon dreimal nicht. Also zweiter Ball ist wieder bei Leipzig, muss man sagen. Wir hatten das vorne in der ersten Halbzeit schon einige Male, dass die zweiten Bälle oft bei Leipzig hängt natürlich auch damit zusammen, dass sie wirklich gut nachschieben, die Räume immer gut besetzen. Das ist schwer zu verteidigen, deswegen holen sie sich dann auch die zweiten Bälle und das ist bei Leipzig mittlerweile fast schon so wie bei den Bayern. Du verteidigst die erste Welle, denkst, holy shit, geil, habe ich das gemacht. Du verteidigst die zweite Welle, denkst, wow, ich habe es echt gut gemacht. Dann kommt die dritte Welle und dann ist das Ding drin und du denkst, ja, scheiße, bis zum Ende habe ich nicht durchgehalten. Gut, zurück zur Situation, denn da gibt es noch ein paar mehr Fehler. Der zweite Ball ist bei Henrichs und der löffelt den dann ja vom linken Strafraum-Eck in den Fünfer und dort spielt Stuttgart das 4 gegen 4. Wagnermann verschätzt sich komplett, also sein Kopfball, wenn er hoch geht, das siehst du selten in der Bundesliga, also der hat sich komplett verschätzt. Mafopanus und Endo stehen aus meiner Sicht falsch, stehen nicht in einer Position, wo sie wirklich eingreifen können, verteidigen auch nicht nach vorne und Anton geht auch nicht auf den Ball, schaut zu, wie praktisch Orban den Kopfball setzt und da sind wir wieder bei der Thematik, die wir vorhin schon mal hatten, wenn du verteidigen willst, musst du halt auch aktiv verteidigen und da denke ich mir halt, ey Leute, das ist einfach mit dem Feuer gespielt, das ist eine Situation, die kannst du einfach verteidigen, ihr reißt euch wirklich, man muss ja sagen, über das ganze Spiel den Arsch auf und dann fehlen hier einfach in dem Moment Basics und das fällt dir auf die Füße normalerweise, das war jetzt Glück, dass Müller das Ding da noch rausfischt, da können sie sich echt bei ihm bedanken, aber so kannst du niemals in der Bundesliga verteidigen, du musst nach vorne gehen, du musst drauf gehen, du musst den Ball wollen, ich habe das letztes Jahr schon gesagt und ich sage es jetzt noch mal, die Kugel fällt dir nicht auf den Kopf, wenn von außen irgendwie eine Flanke reinkommt, du musst schon zum Ball gehen, ansonsten ist halt Silva da oder Orban oder sonst irgendwer und sowas kotzt mich an, weil das ist leicht zu verteidigen, da brauchst du jetzt einfach nur noch so den letzten Biss und du hast hinten, noch mal, du hast hinten Mafopanus Kopfball stark, du hast Endo Kopfball stark, du hast Anton Kopfball stark, du hast Wagnermann, der vielleicht jetzt offensiv keinen guten Kopfball hat, aber grundsätzlich die Größe um einzusetzen und du lässt dich da relativ einfach abkochen, so muss man es einfach sagen. Genau und du hast ja in dem Spiel auch auf jeden Fall die Mentalität und den Willen, die Situation zu verteidigen, ist ja keine Faulheit, weil man sieht ja, nachdem Müller den Ball halt da von der Linie kratzt, dann kommen ja Endo und Mafopanus und Grätschen quasi im Neusportart, im Synchrongrätschen, den Ball weg und feiern sich gegenseitig und Müller feiert die und Anton feiert die und die feiern sich gegenseitig, dass sie die Situation bereinigt haben und da fehlt halt in der Situation nicht der Wille, da fehlt halt die Gedankenschnelligkeit, dass man sieht, man muss das vorher irgendwie verteidigen. Das weiß ich eben nicht. Was ist es? Weil es zu oft schon vorgekommen ist, also auch in der letzten Saison. Es ist so, ich weiß nicht, ob es da manchmal Angst ist, einen Fehler zu machen, ich weiß es nicht, also vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass man ja so eine Phase hatte, wo man relativ viele Standardgegentore bekommen hat oder sagen wir mal so, Tore, die aus Flanken und Standards resultierten. Und vielleicht ist es dann auch irgendwie so die Angst ein Fehler. Ich weiß es nicht. Es ist für mich nicht erklärlich, weil alle haben die Fähigkeiten besser zu verteidigen, als sie es in diesem Moment getan haben. Aber du hast absolut recht, die Situation läuft weiter, der Ball ist frei und Endo und Mafropanus sind sofort da, gehen drauf, sind heiß, also da ist ja kein Spannungsabfall zu spüren oder sonst irgendwas. Das haben wir auch schon oft genug erlebt, dass die sich dann irgendwie angucken und denken, oh, jetzt ist der Ball im Tor, weil da kamen sie irgendwie reingespritzt. Nee, aber sie sind ja da, aber warum sind sie nicht halt eine Sekunde vorher da? Also das muss man sich dann schon fragen und irgendwie abstellen. Aber grundsätzlich hatte ja am Donnerstag gesagt, populistisch, der VfB muss eigentlich so spielen wie in einem Pokalspiel, zweitliges gegen erstliges, sich reinhauen, die Leipziger nerven und so weiter. Und das haben sie in der Phase gemacht. Es gab so viele geblockte Schüsse, sie haben sich wirklich in alles reingeworfen, auch in Ahamada, dann der Distanzschüsse geblockt hat und so weiter. Also da war sich jeder im Klaren, hey, wir müssen das jetzt wirklich mit allem, was wir haben, irgendwie verteidigen, diesen Punkt. Und das haben sie gemacht und das hat mir sehr gefallen und das habe ich in der letzten Saison nicht so gesehen oder ich zumindest nicht. Ich breche das jetzt hier mal ab, unsere Analyse, weil wir sind jetzt echt schon weit fortgeschritten, was die Zeit angeht. Zwei Sachen möchte ich noch erwähnen. Zum einen sagte Marco Hage, mein, der das Spiel für The Zone kommentierte, während dem Spiel, gerade in dieser Phase, die wir jetzt beschrieben haben, das ist eine Leidensphase für den VfB. stimme ich absolut zu und das viel bessere ist, der VfB hat Leidensfähigkeit bewiesen und das fehlte in der vergangenen Saison und hier im ersten Spiel hast du sofort gesehen, die sind leidensfähig und du kannst wirklich viel ziehen für den Mannschaftsgeist, für Einstellung, für Bereitschaft, überhaupt verteidigen zu wollen, Punkte holen zu wollen. Viel von dem, was wir auf der Abschluss-PK von Matarazzo gehört haben, hast du in diesem Spiel schon wieder gesehen. Das stimmt mich zuversichtlich. Was ich noch so ein bisschen anmerken möchte, ist auch, dass die Qualität der Chancen mir nicht ausreicht. Also du hast gegen Dresden zwar noch weitere hochkarätige Chancen gehabt, allerdings war das ein Drittligist, der auch nicht so stark daherkommt, muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Wir haben ja relativ viele Tore in der Vorbereitung geschossen. Da hatte man so das Gefühl, das läuft alles ganz gut. Jetzt die letzten zwei Spiele stimmen mich etwas nachdenklich. Mal gucken. Ich hoffe, sie bleiben ruhig und stellen nicht zu viel um, riskieren dann zu viel und kriegen hinten die Buden. Mir ist es lieber, du spielst einmal mehr 1-1, als dass du die Spiele am Ende verlierst. Aber da braucht man echt so eine Sample-Size. Ich glaube, jetzt nach Leipzig-Bremen wird ein komplett anderes Spiel werden. Du spielst gegen Aufsteiger. Du hast quasi erstmal die Verantwortung fürs Spiel. Da muss der VfB zeigen, wie er dann auch kreativ agieren kann, zu Torchancen kommen will. Und wenn wir dann mal zwei, drei Spiele auf dem Sheet haben, dann können wir mal drüber reden, wie der VfB dann zu Chancen kommt. Aber grundsätzlich hat mich das ja schon hoffnungsvoll gestimmt. Du hast angesprochen, Leidensfähigkeit, auch Leidenschaft. Also es ist ja kein Zufall, dass die Worte relativ ähnlich sind. Hat der VfB mit reingeworfen. Man hat wirklich den Eindruck vom ersten Spieltag an. Weiß die Mannschaft, worum es geht. Jeder Punkt ist wichtig. Letzte Saison, der Punkt gegen die Bayern, den man geholt hat, war dann entscheidend, dass man nicht in die Relegation musste. Jetzt hat man einen Punkt gegen Leipzig geholt. Das ist mehr als erwartet. Und die Mannschaft hat wirklich alles dafür getan, den halt dann über eine Stunde zu verteidigen und hat sich dafür belohnt und hat sich dafür gefeiert. Völlig zu Recht. Weiß die Mannschaft nicht mehr wir sind in der Mitte von der VfB. Die Mannschaft nicht mehr die Mannschaft nicht mehr die Mannschaft nicht mehr bei der VfB. das war ja immer Das war jaienced,